Oben gehen wir weiter, da liegt schon wieder ein und schläft. Uh, eine Knochensäge hat da eingesteckt. Ja, komm her da. Uh, hier ist das Ende, dann würde ich sagen, zack, raus mit uns. Jetzt sind wir hier eine Folge lang drin. Jetzt überqueren wir noch schnell die Brücke. Ja, was haben wir denn hier? Süßes. So, dann gehilte es gleich mal Geschichte. Hoppala, nicht gewischen lassen von den Strahlen. Uh, knapp. Und hin bist du. Schätze, genau richtig erkannt. Lalalalalala. Ja, auf damit, da in seiner Hand. Ja, eckig. Na, stirbst du bitte? Wacht jetzt her. Aufstehen! Nicht jeder Faulenzen. Es war dann einfach zu viel von ihm. Ach, schon wieder Dich. Scheiß Strahlen. Ach, ich hasse das. Oh, oh, oh. Wolltest du mich einsperren, du Arsch? Aber nicht mit mir. Ach. Kaum ist so eine blöde Mauer dazwischen. Ich glaube, jetzt habe ich was Weißes aufgenommen. Naja. Kann ich ja später wegschmeißen. Ja, was ist denn jetzt hier los? Warte, ich habe es nicht eingeladen. Nimm das Gold. Nimm das Gold. Lünder den Waffenständer. Geh da rauf. Oh, eine Kiste. Ja. Einfach dem Hauchenpolmium nicht brauchen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist denn hier los? Ach, die da wieder. Euch mag ich ja auch nicht. Ja, genau. Lass mich. Geplatzt immer so blöd auf. So. Ruhe. Hoppala. Okay, Dämonenlächle. Gut, im Prinzip brauche ich eh nur hier rauf gehen zu bringen, gell? Ihr kommt zu spät. Ich habe versagt. Und der Wollschreckenflage über die. So. Was soll das? Geht weg. Du den über die Brücke. So, den Rest lassen wir mal sein. So, da. Abhülle werden wir dann wieder alles hier genau erkunden. So, auch nächste Mal. Da, 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 da. So, mal die Trümmerteile hier wegräumen. Hier könnte erstmal eine aufräumen. Wie sie eben aussieht. Schrecklich. Ja, ich habe nur mehr drei Hunde. So, jetzt macht man auch schnell die Katapulte und das Zeug kaputt. Oh nein, es ist zuletzt. Hörst du jetzt auf da mit den Scheiss? Na, was hast du jetzt davon? Nach der Ausdachricht habe ich die reingedrückt. Oh nein, ich finde. Zack, das Ding noch kaputt machen. Wunderbar. Was das hier holen? Ja, so, uh, gleich das nächste nebenan. So, muss das laufen. Zack, zack, Maschinen, geh, wertmäßig. Oh, oh. Ja, verschwinde. Geh weg von mir. Jetzt, hör auf da zum Grabschen. Ahahaha, das ist böse Arschloch. Ich wurde geheilt. Wir sind so davongelaufen wie so ein weinerliches Mädchen, aber egal. So, hauptsache, alles ist tot. Zack, zack. Uh, das liebe ich. Angriffsgeschwindigkeit erhöht. So muss das sein. Ach du, Madame. Ich will nichts von dir. Ja, hör auf. Elfer, wo seid ihr? Ja, ich will das Ding da oben kaputt machen. So, alles aufsammeln. So, jetzt suchen wir noch das dritte Katapult. Hier gehört jetzt ihr, ja, hier gehört ihr, ja. Und schon wieder nicht genug Mana, was soll denn das? Und ich trage dann auch noch zu viel. So. Hoppala. Ähm, weg. Gut, das war's schon. Und. Be me up, scotty. So da, hierher zum Buch. Alles klärchen. So, das blaue kann man im Prinzip eh schon mal alles kaputt machen. Außer, es ist da irgendwie was Besseres dabei. Nein, 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 nein. Nein, oh nein. Das hier. Das kann auch nicht besser sein als meins. Nee. Das und das auch nicht. Nee. Was haben wir hier? Nee. Nee, kann ich nicht tragen. 120 Rebkosten, das geht ja mal. Ja, jede Menge Steine gefallen. Ja, ihr seht da. Stapeln sich auch schon ein paar Legendaries. Ja, wieder was gefunden da mit meinem Hauptjar. Muss sagen, bei jedem öffentlichen Spiel, das ich so mache, fällt jetzt immer mindestens ein Legendary ab. Ich glaube, der andere Katapult wird da auf der rechten Seite sein. Das finde ich echt super. Ja. Ja, ich finde das auch schon ganz schön. Ja. Ja. Ich glaube, der andere Katapult wird da auf der rechten Seite sein. Oh mein Gott ist hier. So, da oben nehmen wir den halt auch noch mit. Ui, ein Gelb, ein Gelb, ui, ui, ich höre ich euch am Stoßen. Nein, mich nicht einschweren. Nein, nicht kapschen. Na, die neue Jungs und Mädel, was sonst? Oder was ihr da schon seid? Äh, weg. Geht weg. Ich dachte, du sollst weggehen. So. Nur mehr du und ich, Junge. Nur mehr du und ich. Und mein Dicker. Und ich und mein Dicker. Ja, ich geh zu durch. Gut, das war's mit dir. Ein machtvoller Gegner ist gefallen. Ein lästiger, machtvoller Stoßen der Gegner ist gefallen. Nur mehr ein Hund. Wieder 400. So. Was haben wir hier? Gut. Gut. Da haben wir nichts. Die Speertypen da, die hasse ich ja auch so. Ja, ihr habt doch keine Chance. Nein, nein. Ui, eine Kiste. Warte. Warte, dann stein will ich. Ach, hier seh ich nichts. Da oben zeigt der Pfeil hin. Gehen wir mal dorthin. Da ist einmal der Dépisché. Ja, tötet sie alle. Diese Schweine-Priester. Und ein Dicker da oben auch. Ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Und ist es schon verbollt. So. Ein dämonisches Katalog noch. So. Was willst du denn so da drüben? Hören Sie doch auf bitte damit. Das hat doch keinen Sinn. Lalalalalala. Hey. Sollst du das nicht machen? Ich habe gesagt, die Bummel wird erst beim dritten Date. Nicht schon beim ersten. Das fucke ich auch nicht. Geh weg. So. Oh, kaputt ist es. Ich habe meine Belagungswaffe nicht. Ich habe meine Belagungswaffen liegen zerschmettert auf dem Schlachtfeld. Jetzt hole ich euch Asmodar. Geh weg, du netzette hessische Bratze, du. So. Lalalalalala. Ich bin hier noch vorgellt. Gut. Haben wir hier alles. Dann gehen wir zum Rakischübergang. Das nehmen wir auch noch mit. Oh. Diese Dämonen-leiche auch noch. Der passt. Perfekt. Halbe Stunde haben wir jetzt genau drauf. Das komische Ding da noch. Meine Kraft kehrt zurück. Sehr schön. Ich nehme auch das Gold. Ja, das brauche ich auch da. Dann größeren Sammelradius. Das ist auch ein bisschen lästig. Dass ich da direkt rüberlaufen muss. So, hier sind wir. Dürrl. So, gut. Hier ist ein Speicherpunkt. Dann würde ich sagen... Ja, macht mir hier das nächste Mal weiter. Nächstes Mal haben wir schon wieder ein Level ab. Juhu. So. Schauen wir uns noch die Beute an. Dann verabschiede ich mich schon mal. Leben. 1500 dazu. Aber viel weniger Sch... Oh. Das ist ja mal was Tolles. Hey. 166 Schaden mehr. Ja, coole Sache. Wow. Wunderbar, wunderbar. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Nächstes Mal mache ich dann wieder eine Längeaufnahme. Da will ich dann gleich ein 8.3 abschließen. Und dann haben wir eh nur mehr ein 4er offen. Und dann sind wir endlich... Opa la, das war falsch. Dann sind wir endlich in Hölle-Schwierigkeitsgrad. Und dann bin ich schon gespannt, wie wir uns dort anstellen werden. Ja, passt. Das, 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 das war's. Gut. Also. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Grafus.